Und wir sind wieder zurück und rennen direkt mal weiter. Und irgendwie frustet sich gerade die Stimmung. Also, wir müssen jetzt mal was dagegen machen. Penis. Warnung, schwieriges Gebiet. Ich dachte, Penis! Was ist denn mit einer Kutsche töten? Das hab ich gemacht. Oh, nein! Naja, das ist der Typ, den man da umnäten muss. Das ist nicht der Verteilungs-Bus. Warum krieg ich eigentlich immer nur die beschissene Mission? Weil du dich so einteilen hast gelassen. Teilungspass auch spüren. Einfach das genommen, was ich mir gedacht hab. Du musst noch weiter. Das sind nur 100 Meter. Oh, ich dachte, da geht das Gebäude hoch. Scheiße. Ja, das hatte ich vorhin auch gedacht. Hier geht das Gebäude hoch. Okay. Eine Drühe. Nice. Echt? Drücken Sie Kreis, wenn Sie unentdeckt hinter dem Gegner stehen. Das kommt erst jetzt. Wägen Sie sich in der Nähe von Gegnern langsam mit L um ihr... In eine geschlossene Kutsche. Sie haben angefangen, eine Person in eine geschlossene Kutsche. Ich glaub's nicht. Dieses Tutorial kommt erst jetzt. So, erstmal will ich die hier auftreten. Hallo. Andere Seite. Ja. Du bist schon beim Schloss stehen, um sie auftreten zu können. Okay, womit haben wir's zu tun? Da unten. Da bist du ja. Wie dass ich einfach umtritte. Tja. Und Verteilungsbaus handlungsunfähig zu machen führt zur Desynchronisation. Also, wir müssen gefangen sein. Und dass sie nicht drücken. Seht die mich? Also, ich würd den oben umnieten? Ja, erstmal den oben. Ich weiß, wie komm ich da hin? Du hast ein Wurfmesser. Du kriegst 5 Schilling, wenn du ihn K.O. schlägst. Ich krieg, ich krieg mehr als genug, wenn ich ihn töte, also. Oh, wow! Habt ihr das gesehen? Ich sag es nicht noch mal! Gott, nein, die sehen mich. Oh, das muss wehtun! Alter, könnt ihr da unten mal die Fresse halten? Nein, die kämpfen da. Genau, das wollte ich sehen. Den Film von Othoen und Konfronologien gefangenen. Wie ist denn? Hier oben. Hier, so. Ja, halt klar. Jetzt, Ramin, 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 Ramin. Ab. Ich hatte ihn doch. Wo ist er? Thanks, Herr Render. Bleibst du... Bleibt er wohl stehen? Nö, warum sollte? Er muss ja davon ausgehen, dass er ihn töten will, so oder so. Aus dem Weg, ihr Wichs, für ihn fressen. Okay, interessantes Laufmuster. Komm, mein Brachstoff. Du bist tot! Wo wird der Sirup hergesteckt? Sprich jetzt oder schweige für ihn. In der Brennerei, das große Gebäude neben der Brauerei. Und jetzt stoppen wir die Beruhigungs-Sirup-Produktion ein für alle Mal. Oh, what? Dann stoppen wir jetzt mal die Sirup. Oh, Creme-Stärke. Ja, das ist halt ein Schlagring. Aber mit unserer Ausrüstung ist es eh dingens besser. Oh, guck mal. Das ist der über dem Staffel. Der. Der ist schon außer. Bleiben wir beim Kukri. Ach, Level 6. Ja, ein bisschen nervig. Apropos Level. Fähigkeiten. Genau. Wir haben 4, also können wir 2 nehmen. Ich frage jetzt, was nehmen wir für ihn. Einschüchtern. Ja, ne, wir wollten zuerst das hier. Stimmt. Das ist wichtiger. Alago 2. 3. 3. Hey, ne, Blüe Nummer 3. Dann wäre ich für Plünderer. Ne, ne. 2. Ne. Das würde ich auch nehmen. Aber das Rote da ist halt nur für Evie und das Blaue nur für Jacob. Ja, ja, ich weiß, aber trotzdem ist es gut für... Hallo? Es gut für jeden. Wir spielen immer noch Assassinen, ja. Ja, nimm's. Nimm's hart. Wir sehen, vielleicht können wir irgendwelche Gang-Upgrades machen, wie das hier für die Oh, das wäre nützlich. Wir brauchen aber noch genug Geld, damit irgendwann mal Einschüchterung ist, ne? Berühend berüchtigt, ja. Rockspäer. Genau machen. Dann hätten wir auch Schutz. Späer benutzen ihre Schutzwaffen öfter als andere Archetypen. Schwarzmarktbeziehungen. Das wäre nicht schlecht, oder? Aber da haben wir nicht genug Eisen für. Hm, also, ich würde sagen, das nehmen wir noch. Ja. Ja, okay. Vielleicht guck mal, was kommt denn dann? Dann kommen die da. Die Schläger. Und dann kommen doch die da. Vollstrecker. Das kostet auch, natürlich. Klar, kostet alles. Könnten wir haben zu wenig Geld, um irgendwas zu produzieren. Ich würde das machen, ja. Ja. Wo zum fuck sind wir eigentlich hier? Irgendwann, ne? Southwalk. Mitten in nirgendwo. It's big fucking deal, what the fuck we doing here. Ich wäre für das andere. Hammy, what's the big fucking deal, what the fuck are we doing out here, I ask you, what in the fuck are we doing here? Jacob, Jakob, Jakob, Jakob. Schicksal Schicksalte der Falle so schwul wie ein Namensvetter Schicksal die was war das? das hätte ich schon erledigt So wup 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 Oh den brauchen wir noch, ne? Ja, den brauchen wir gleich mal mehr Oder? Brauchen wir den? Ja, weil sonst wäre die Minikarte schon komplett Aufgedeckt Ist das ein anderes Gebiet? Ja Ich habe es nicht gesehen, wo wir es sind Guck mal Sieht das aus, als wären wir hier irgendwo Als hätten wir das schon befreit Ich bin ziemlich weit weg gerannt Das ist eine Kinderbefreiung Das ist das einzige was dich interessiert Nein, das ist eine Templarjagd Kinderbefreiung ist auch witzig Er sagt ihm die Pädophilen Das ist ein Maul Das ist eine Blume Blume Flowey Flowey ist wieder da Oh Gott Au Au Ich habe meine Steine drin vergessen Ja Steine Steine Die Erdsteine Das ist die Steine im Heu Das sind nicht die Templars sind die Steine Schwere Steine im Heu Sollen Oh holy, das war F*** Ich glaube die Angezogenen sind einfach nur stärker Wow Ja komm Kontort Ich kontort euch alle weg Hm Kontort Breaker F*** 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 Das ist ein Finisher F*** F*** Was ist das für ein übertriebener Finisher sch*** F*** F*** Ok, das wären zwei Parts Also einen den ich hinten ran schneiden muss Ah das ist auch froh Na egal Na egal Schau das ist wohl cool gewesen Ja Na egal Tudelduuuu 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 Tudelduuuu